Hi Leute und willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir haben im letzten Part wieder so eine Höhle fertig gemacht. Wir wollen jetzt erst mal mit den Leuten hier reden. Rettungscrew? Muss hier denn jemand gerettet werden? Ja, du. Ich habe niemanden gesehen. Ich bin was? Eine Gestrandete? Hm? Ich war so in die hiesige Flora vertieft, dass ich das eventuell nicht mitbekommen habe. Oh wow. So doof sein. Ulimars Notizen ist voll. Kann eine sogenannte Zwiebel mit Zwiebeln anderer Farben verschmelzen? Wirklich außergewöhnlich. Gut, dann schützt du meine Forschung und lass es mich wissen, wenn du Zwiebeln miteinander verschmelzen lässt. Hm? Du hast die Zwiebeln bereits mit anderen verschmelzen lassen? Ja, zehn Punkte. Wenn mir ein egoistischer Kommentar gestattet sei. Ich hätte die Zwiebeln gerne auch vor dem Verschmelzen untersucht. Toll. Zwiebeln. Ja, kommt noch. So, dann. Äh. Jetzt. Ah. Wir können dich noch mal trainieren. Trainieren. Ich habe euch beiden beim trainieren zugesehen, was mich zu einer neuen Trainingsanhalt inspiriert hat. Äh. Ich denke, dass dir Urchin beim Pflücken von Pikminkeim helfen kann, wenn er die Fähigkeit pflücken lernt. Außerdem habe ich noch ein Training hinzugefügt, in dem Urchin lernen kann, schneller als je zuvor zu graben. Graben. So, dann kann er auch graben. Ja, gut. Aber ich nehme erst mal das neue. So, zwei Punkte haben wir noch. Wo kann ich zwei Punkte investieren? Weil pflücken kann ich auch. Zwiebelstufe kann aussehen, kann ich schneller pflücken. Ah, komm, machen wir hier. Pflücken noch einen zweiten und dann noch mal Graben einhöhe und dann passt das. Perfekt. Das wir im Training sind richtig angestrengt, Baba-Hund. Oh ja, das bist du. Hier, sieh mal, was ich für dich habe. So weit, so gut. Gib weiter und alles. Ja. So, noch irgendwer. Hier. Mach das doch fertig. So, darauf. Zack. Eins, eins. So, das neue haben wir ja schon. So, hier, zack. So, noch. Ah, okay. Pass. Wie kann er jetzt flippen? Ah, ich muss ihn nur in die Nähe schicken. Mach das was. Okay. So, hab ich jetzt noch irgendwas wirklich untersuchen kann, oder? Aber bisher war hier nichts. Ich verstehe auch nicht, was hier sein soll. Mach so ein bisschen Optik, dass wir hier langlaufen können. Ist ja gar nichts. Wir haben 102 Punkte sich gerade. Hat sich gelohnt, die Sachen, die Quests quasi fertig zu machen. Oder weiter zu kriegen. Ich würde in dieses Riesenumschiff. Keine Ahnung. Ist aber egal. So, äh. 100 Punkte. So, hier ist alles bereit. Ja, dann brechen wir auf. So, 38 Prozent haben wir schon. Das ist gar nicht so wenig. Drittel. So, erb. Erb. Wollte ich gerade lesen. Erblühender Park. So. Pflücken. Wenn Ajin die Fähigkeit pflücken lernt, kann er für dich Pigment Keime pflücken. Markiere zählte Orte auf der Karte. Dort erscheint dann eine Lichtsäule, an der du dich beim Erkunden orientieren kannst. Ach, ist das so? Wie? Erkundung ist Drohne. Aha. Mit der Drohne muss ich das machen. Ah, dann. Was nehmen wir mit? Das gleiche wie immer, würde ich sagen. Was ist das so? Ah, erwischt. Was ist das? Ach, das ist das so? Ach, das ist das so? Oh, das ist das so? So. Oops. Mal ganz im roten Pigment hin. Keine Ahnung. Okay. Mal ganz in roten Pigment hin. Was man hier baut, ist okay. Einzusaugen. Warum dreht ihr das? Ah, ich habe das Wasser abgestellt. Gut gemacht. Kein Wasser mehr. Aha, jetzt kommt er durch. Wir haben ja mittlerweile eine ganze Menge dieser roten Bären gesammelt. Aha. Das ist was ich einsetze, ne? Hm, fehl. So. Ach so, hier kommen wir her. Äh? Ach so, die sammeln wir noch die Bären. Alles klar. So. So. Können wir euch jetzt hier kaputt machen. 2? 2? Alle auf einmal. Das war. Perfekt. Eingespannt. Ich habe genau. Nein, noch nicht. Erstmal sollte er. Hallo? Ich habe nicht mal 50. Kann ich mal mitnehmen? Zum Helmeln. Oh, das war. Ja. Oh, ja. Oh, ja. so 50 ist ein bisschen zu viel das mal weg das ist schon eine ganze menge mit völlig egal hier kamen wir einst kommt noch nicht weiter da wachsen die Bären da oben nicht so schnell da wieder nicht so da Ah, gesparte Arbeiten. Hilfe. Dann kannst du den Typen da schnappen. Oh, 10er Münze. Nett. Echt. So. Ah. Erstmal schnappen. Ach, da ist wirklich was. Äh. Hab ich noch 10? Ja. So. Schnappen. So. 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 Dann kommen die nächsten. Eigentlich gleich mit ihnen beinanden legen. boom hey oh, stirb die Bombe könnte etwas ausrichten, darf gar nichts machen ok, wenn zumindest eine Abkürzung hier hin so, stirb ah, da durch so, wie kann ich? da war ich schon mal, ne? so, wie kann ich die Farbe ja oh, oh, oh oh so, helft ihm mal hier klein ein Schatz angesammelt, klar wir sind schon mal da so, da war ich ne Bombe für darf ich ne Bomben? da kann ich zumindest was rückkriegen oh, shit der muss ich nicht mehr die 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 ist schon mal das ist 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 du um das das okay okay was ist denn was dann ach die sammeln weiterhin okay wir sagen wir machen den boss platt das war die ganze zeit im arbeiten so schön gestärkt ich habe mir jetzt irgendwie mehr von ihm versprochen glaub ich ja nicht gut wieder voll ok schick das hat es doch gelohnt jetzt sind wir wieder über 100 das passt so hier fest so was haben wir sehr gut aus ich wollte nur noch mal irgendwie eine erweiterung führen sollen wo zwiebelding hier so viel Spaß dabei So, ich weiß, dass wir irgendwo schon mal die Tür gesehen hatten, ich weiß noch nicht mehr, wo sie war. Ja, egal. Aber was mache ich jetzt? Ähm, dann halt nicht. Du musst hier rein, gerade kommen, oder? Hallo? Was kommt da her? Oh oh, wir sterben. Ach, nö, was macht ihr denn da hinten? Ist das doof? Aha, jetzt haben wir sie zusammen. Warum greift mir das Ding immer noch an? Jetzt sollen wir doch diesen Rückruf-Ding holen. Ähm, ja, tag benden, tag benden und benden. Gut. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Schade, dass wir nicht, äh, ja, die großen Sachen tragen können. Das ärgert mich ein bisschen. Aber wir können es hier noch weiter umsehen. Wir haben ja noch einiges, was wir sammeln können und erkunden können. Schade, dass die Tage so kurz sind. Ich würde gerne länger haben, weil sie nicht. Einfach die ganze Zeit da rumlaufen können. Ohne hier immer wieder zurück zu müssen. So, niemand wurde gerettet. Ja, ist mir klar. Okay, nur drei von den Dingern. Oh, Freizeit oder werden sie hier hin? Ein Bonus. Schön. Jetzt haben wir es. Bürste der Weisheit, aha. Äh, Flosch-Sphäre. Äh, Glücksverheißender Vogel. Und Cupidos-Granate. Granate? Wir sollen noch diese starke Wand da zerstürmen mit einer Granate. Und mit einer Bombe. Naja. Okay, wir sind auf 41 geklettert. Was jetzt immer noch nicht so krass viel, aber naja. Das ist also Ultra-Motivier-Nektar. Bei der Farbe, äh, hat man schon... Ich schaffe es. Daraus macht man schließlich ein Spray. Das Pikmin motiviert. Also kein Wunder. Kleine, äh, Cosmo-Gefällig. Hm. Ach, warum nicht? Das sind schließlich der Qualitätskontrolle. Ich will ja nicht, dass Mitglieder meiner Crew ein schlechtes Produkt erhalten. Also noch probieren. Äh, 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 scharf. Hm. Es war wirklich, äh, ziemlich scharf. Bin ich froh, dass ich keine Pastrope genommen habe. Äh, du bist plötzlich so flink unterwegs. Und da konntest du all deine Arbeit in einem Bruchteil der Zeit erledigen, Chefin. Äh, 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 vielleicht... Hat auch diesen Nektar unverdünnt, äh, zu trinken dürfte sie nicht wie kannte Risiken bergen. Okay. Speicherbergang. Rettungsmission Takt 10. Wir werden wahrscheinlich nicht die schnellsten hier sein bei dem Spiel, aber... jetzt sind wir ein bisschen gründlich. So, können wir noch irgendwas machen? 108. Äh, 180 sind wir nicht mehr als sonst. Nicht so wirklich. Tablet. Ähm, ne, Mission. Wir verschmelzen Schatz. Ah, okay. So, jetzt liegen wir schon wieder welche rum. Das werden auch immer mehr. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss heute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.